Komm rein! Ich konnte sehen, dass du mich beobachtet hast. Nein, hab ich nicht. Okay. Dann sehen wir uns morgen. Ja. Scheiße, was? Wer zieht denn mitten in der Nacht aus? Ist nicht ungewöhnlich. Sie wollte gehen. Ist das so schwer zu verstehen? Ich verstehe nicht, wieso sie es nicht erwähnt hat. Vielleicht steht sie nicht auf sie. Vielleicht ahnt sie, dass sie arm sind und ihre Miete nicht zahlt. Eine geheime Botschaft? Und wie lautet sie? Es bedeutet, sei still. Unsere Welt wimmelt von Codes und unterschwelligen Nachrichten. Von Silver Lake bis Hollywood Hills. Und du denkst, dass da eine Verbindung zu Sarah existiert? Ich kenn die Kleine. Das ist eine Botschaft in der Musik. Du glaubst, dass eine geheime Nachricht in einem Pop-Song steckt? Jetzt hört rein. Ich durchschaue es noch nicht, stehe aber kurz davor. Hallo, Schatz. Wie geht's dir? Hoi, Mom. Es geht mir gut. Hauptsächlich gut. So gehen wir davon aus, dass alles frei verfügbare Wissen ganz genau das ist, was man uns immerzu erzählt. Vielleicht gibt's da draußen Leute, die wichtiger sind als wir. Und reicher. Und mächtiger. Die untereinander kommunizieren. Und Dinge auf der Welt sehen, die nur für sie bestimmt sind. Nicht für uns. Ja. Oder als das für Irrsinn. Nicht alles. Willkommen im Fegefeuer. Freut mich, hier zu sein. Du lebst auf einem Jahrmarkt und hoffst, einen Preis zu gewinnen. Was gewinnst du schon? Tauch runter! Under the Silver Lake. Untertitelung des ZDF, 2020